Hallo und herzlich willkommen in der Herrenstube. Es freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich ein ganz besonderes Special für euch, denn ich präsentiere euch heute meine Top 5 Bartöle. Wenn es auch dich interessiert, schnapp dir was zu trinken, mach es dir bequem und wir quatschen jetzt ganz in Ruhe über das Thema. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist und dich für das Thema interessierst, denn heute besprechen wir meine 5 Top Bartöle auf dem Markt, die ich bis jetzt getestet habe. Muss ich gestehen. Ich habe ja noch nicht alle durch. Vielleicht gibt es noch andere, aber von allen Bartölen, die ich bis jetzt getestet habe, habe ich meine Top 5 zusammengestellt. Und ich würde sie nicht mal unbedingt nach Platz 5 bis 1 richten. Denn jedes hat so seine Vorteile, andere Stärken in manchen Richtungen und deswegen würde ich einfach sagen, wir machen einfach eine generelle Top 5. Das eine oder andere ist einfach auch aus meiner Sicht mein Lieblingsöl. Da werde ich dann auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber prinzipiell sind alle einsame Spitze und auf Platz 1 vertreten sozusagen. Also haben wir quasi 5 mal den ersten Platz. Aber natürlich werde ich auch zu jedem Bartöl einzeln noch ein bisschen was sagen. Und zwar würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach an, ohne lang zu quasseln. Und jetzt habt ihr ja bestimmt schon gemerkt, dass es in letzter Zeit in der Herrenstube irgendwie ein bisschen ruhiger war und dass nicht so viel hochgeladen wurde, auch auf den sozialen Medien nicht viel los war. Dafür möchte ich mich schon mal ganz groß entschuldigen bei euch, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Das Problem ist, dass ich im Spital arbeite und durch die aktuelle Situation mit dem Coronavirus, wir so eingespannt sind, dass ich einfach keine Zeit hatte für Videos zu drehen. Es hat sich jetzt geändert, aufgrund, dass ich eine chronische Lungenerkrankung habe, darf ich jetzt nicht mehr arbeiten, weil das für mich das Risiko der Ansteckung und der Krankheitsverlauf zu schwerwiegend wäre. Bin ich jetzt zur Selbstisolation verdonnert worden und die Zeit nutze ich jetzt aber natürlich, um wieder fleißig Videos zu drehen. Und wir machen auch regelmäßig einen Livestream. Also wenn es dich interessiert, dann schau einfach mal auf Instagram oder schau mal in der Herrenstube auf YouTube öfters vorbei. Und da ist es eben so, dass ich dann immer öfters einen Livestream mache. Momentan sind wir bei allen zwei Tagen, wo man einfach eine coole Zeit hat, wo man sich ein bisschen austauscht, wo ihr Ideen reinbringen könnt. Und das ist eigentlich immer eine ganz lustige Runde. Und eben, wenn du Interesse daran hast, dann auf Instagram und Facebook gebe ich immer bekannt, wann das ist. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an, ohne große Worte. Dann würde ich sagen, wir fangen beim Beard Pride Öl an. Und zwar sind die Beard Pride Öle, muss ich sagen. Also ich vertrete damit immer eine Marke quasi wie, weil es gibt viele tolle Öle von Beard Pride und von den anderen Marken auch. Ähm, die sich meistens aber nur von Gerüchen unterscheiden und das ist jedem seins. Deswegen spreche ich immer von den Ölen. Und zwar ist es bei Beard Pride so, dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben, was sie in ihre Öle reinpacken. Man findet ganz, ganz viele tolle Inhaltsstoffe, die sehr überlegt sind. Also man macht nicht irgendwie so ein, ja, ich packe da jetzt irgendwie Bergamot rein, weil das riecht ganz gut. Nein, sie machen Bergamot rein, weil es stimmungsaufhellend wirkt. Zum Beispiel Punkt A. Und bei denen auf der Website kann man sich auch super erkundigen oder man kann mit den Jungs und Mädels auch auf Instagram schreiben. Und erhält wirklich Top-Infos, weil die so viel Liebe in ihre Produkte reinstecken, dass das Öl für mich auf jeden Fall in die Top 5 gehört. Ähm, pflegerisch, bei den Pflegeeigenschaften, einsame Spitze. Es ist super angenehm. Es ist nicht zu aufdringlich. Ähm, es macht einen schönen, weichen Bart. Man kann es täglich anwenden. Es macht keinen schmierigen Fettfilm. Deswegen ist für mich, ähm, Beard Pride in den Top 5 der besten Bartöle für mich. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar war das ein Öl, was ich vorher noch gar nicht so kannte oder die Marke eigentlich gar nicht kannte. Die kommen aus Schweden. Und zwar sind es die Beard Brother Bartöle. Die gibt es in gefühlt tausenden Geruchsrichtungen, die alle sehr, sehr geil abgestimmt sind. Also jedes Öl hat wirklich einen ganz eigenartigen Duft, den ihr so bei keinem Hersteller findet. Ähm, pflegerisch, einsame Spitze. Das riechen wir hier gerade mal dran. Ich sage ja, das ist was super, super Angenehmes, was nicht so dieses typische Holz oder Citrus ist. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Einpflegerisch, einsame Spitze, Inhaltsstoffe, alle natürlich. Da ist wirklich, ähm, sehr, sehr viel Liebe in dem Produkt. Da steht hier auch nochmal drauf. Das Produkt ist zu 100% handgemacht und organisch. Ähm, und es ist eben in Schweden hergestellt. Ähm, und die haben auch eine ganz tolle Produktpalette, was einfach dazugehört. Aber das Öl ist für mich wirklich einsame Spitze. Ein richtig, richtig gutes, bodenständiges Öl, mit dem man sehr, sehr viel Freude hat. Beard Pride kriegt ihr im Vitva Hair Shop. Ähm, einfach mal Vitva minus Hair Shop eingeben. Ähm, und da findet ihr die kompletten Bartöle von, ähm, von, von, von Beard Brother. Und mit dem Guter God Herrenstube erhaltet ihr auch noch 20% Rabatt darauf. Das ist auch nochmal eine richtig schöne Sache. Dann kommen wir schon zum nächsten. Jetzt kommen eigentlich so meine drei absoluten Favoriten, die ich auch privat sehr, sehr viel jetzt mittlerweile verwende und da wirklich eine Liebe für gefunden habe. Und da kommt einmal das Kapitän Olsens Bartöl, das, ähm, für mich einen ganz, ganz super angenehmen Duft hat. Und zwar ist das das erste Bartöl, was ich hatte mit Nelke und da kam ich auf diesen Favorit, dass ich Nelke einfach gerne rieche. Ich habe es nie als Nelke identifizieren können, das ist super, super angenehm. Ähm, und das Bartöl ist von der Pflege gigantisch. Es macht einen super schönen, angenehmen, weichen Bart. Es ist so, dass es, ähm, ein raffiniertes Öl ist. Das heißt, es ist, wenn man das in den Gefrierschrank stellt, dann wird das fest. Und so ist es auch, wenn man rausgeht und es ist im Winter, war das so, ähm, dass so einfach, der Bart wurde schön fest, hat einen schönen Halt bekommen. Und das muss ich wirklich sagen, sehr, 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 sehr geil. Kapitän Olsen hat auch tolle andere Produkte wie Biertbalm und sowas, ähm, super, super toll. Muss ich wirklich sagen, steckt jede Menge Liebe hinter den Produkten, auch alles einfach natürlicher, natürlicher, ähm, Herkunft. Das ist sehr viel auf Ökologie gesetzt worden, ähm, Inhaltsstoffe absolut top durchdacht. Eins meiner Lieblings-Bartöle, muss ich wirklich, ähm, sagen. Auch vom Design her und mal mit so einer hellen Flasche, ähm, sollte für mich in keinem, äh, Badschränkchen eigentlich fehlen. Dann kommen wir zu einer großen Liebe, die ich für mich entdeckt habe, ähm, die aus Bayern kommt, so wie auch, ähm, ich lange in Bayern gelebt habe. Und diesen ganzen Lebensstil einfach total gern habe. Und dann gab es, oder gibt es einen ganz sympathischen jungen Herrn, der dieses Lebensgefühl in ein Badöl gesteckt hat. Und zwar ist das der Bastian von Bayerseul. Weil der es geschafft hat, eigentlich mit ganz wenigen unspektakulären Zutaten eines der für mich besten Badöle herzustellen, die es gibt. Muss man einfach so sagen. Man sieht auch schon, die Flasche ist jetzt schon fast leer. Und, ähm, ich habe das wirklich viel, viel in der Verwendung. Wenn ich eben keine anderen Sachen teste, dann nutze ich das immer, um für mich, äh, meine Lieblings-Bartpflege wieder zu testen oder zu verwenden. Ähm, und da ist es eben, es ist alles handgemacht. Es ist, ähm, äh, Hauptbestandteil ist Jojoba-Öl, was eigentlich eher eine feste Konsistenz hat. Ich weiß noch, das Badöl kam bei mir an im Briefkasten im Winter und es war gefroren. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind darüber, weil das ist wirklich ein Qualitätsfaktor. Dann hat Basti noch ein ganz tolles Shampoo rausgebracht. Er hat, ähm, noch eine Haarpomade, eine Pomade für den Bad. Und die ganzen Produkte sind wirklich absolut abgestimmt. Ähm, vom Duft her ist es das Eisenkraut, ähm, fast so ein bisschen fruchtig, fast in die Richtung Zitrone. Riecht, ähm, was super angenehm ist, pflegerisch. Ja, was soll man dazu sagen? Bastian, du hast einen richtig geilen Job gemacht, muss ich echt sagen. Ich trage es super, super gerne. Ähm, und, ja, kann das wirklich jedem ans Herz legen. Sollte in keiner Sammlung fehlen, ähm, da es wirklich, ja, so viel Liebe in so einem kleinen Fläschchen steckt, dass man das bei der Anwendung wirklich schon merkt. Und jetzt haben wir schon die vier, ähm, wirklich grandiosen Badöle, die jedes einzelne wirklich den Platz in den Top 5 verdient hat. Ähm, alle machen einen tollen Job. Und dann gibt es einen Hersteller, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist. Ähm, und das ist auch wirklich meine Nummer 1. Denn dieses Badöl ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, die, die, die Marke ist einfach gigantisch. Und zwar will ich jetzt gar nicht lange sprechen. Es ist die, oder das Badöl von der Marke Moods. Moods ist, äh, eine Firma aus der Schweiz. Die kommen hier bei uns aus Zürich. Ähm, sind ganz, ganz tolle Jungs, die sich, ähm, mit viel Liebe für die Produkte, ähm, eingesetzt haben und tolle Badöle herstellen. Und dieses Badöl, also gerade in der Ausführung Ocean Drive, hat einen Duft, der ist unbeschreibbar. Da ist Patchouli, Vanille, ganz viele ätherische Öle noch drin. Also man sieht hier Patchouli, Bergamot, Yang Yang, Vanille, Grapefruit und Bitterorange sind da in Düften drin. Ähm, das gibt ein Zusammenspiel, was für mich einfach der Oberhammer ist. Die ganze Reihe von Moods hat Düfte, die nicht alltäglich sind. Die sind alle sehr, sehr speziell, aber sehr, sehr männlich. Und für jeden ist eigentlich was dabei, was wirklich, ja, toll ist. Von der Pflege her, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, auf, ich hab das, ich glaub, vier oder acht Wochen mal am Stück benutzt. Ähm, wo wirklich der Bad schön fluffig, weich wird. Der kriegt eine tolle Konsistenz. Also, gerade im Langzeittest, muss ich sagen, hat das, ähm, für mich ein super, super tolles Ergebnis geleistet. Es sind nur Produkte, die ganzen Produkte sind alle in der Schweiz hergestellt worden. Es werden nur Schweizer, ähm, Produkte dafür verwendet. Es ist alles, ähm, organisch, es ist ökologisch, es ist wirklich das Nonplusultra, wie man ein Badöl oder eine Pflegemarke, ähm, auf den Markt positionieren sollte, ist hier geschehen. Ähm, und auch da hab ich noch einen Gutscheincode für euch, wenn ihr da bestellen wollt bei Moods, müsst ihr einfach mal auf Moods.ch gehen. Und mit dem Gutscheincode HERRENSTUBE20 kriegt ihr 10% auf euren Warenkorb. Das ist auch nochmal eine richtig coole Ansage. Ähm, für alle, die in Deutschland leben, Moods versendet nach Deutschland. Der Versand ist ein bisschen teurer, wobei man sagen muss, es ist ein 12 Franken Versand. Das sind ungefähr 10 Euro. Ähm, in Deutschland, wenn ihr irgendwas versendet, dann zahlt ihr auch schon 6,90 oder sowas Versand. Daher ist es absolut gerechtfertigt, muss ich sagen. Und ihr haltet wirklich für euer Geld, ähm, richtig, richtig, richtig geiles Badöl. Ja, das sind, äh, meine Top 5 der Bartöle. Und ich, äh, danke jedem Hersteller dieser Öle für diese grandiose Leistung. Und dass ich auch die Sachen testen durfte, weil es hat wirklich Spaß gemacht, ähm, das alles zu probieren, zu testen. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur so sagen. Das ist, äh, wirklich, äh, sehr, sehr geil. Und, ja, vielleicht machen wir mal demnächst meine Top 5 Bartbeins und, äh, so Sachen. Das wäre vielleicht auch noch ganz spannend. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und aktiviere das Glöckchen und, ähm, gib dem Video einen Daumen nach oben. Und, ähm, das würde mich mal momentan interessieren, jetzt haben wir ja Quarantäne. Wir sind irgendwie alle mehr oder weniger isoliert zu Hause. Was sind denn deine Tipps und Tricks, wie du in der Isolation gut zurechtkommst? Was machst du denn privat zu Hause, um ein gutes Gefühl zu haben, um einen guten Flow in den Tag zu kriegen, um glücklich zu sein, um diese ganze Situation zu überstehen? Dann schreib mir das doch einfach mal in die Kommentare unten rein, würde mich interessieren. Und ich würde dann gerne ein Video aus dem Best-of machen, wo ich dann quasi Tipps zusammenstelle, die ihr, äh, für die Quarantäne nutzen könnt. Das fände ich noch eine ganz coole Sache. Und, ja, wenn, äh, wenn, äh, du die Herrenstube sonst noch unterstützen möchtest, wir haben, äh, oder ich habe eine Kaffeekasse ins Leben gerufen, wo, ähm, wo, ähm, jeder, der möchte, einfach, äh, ein bisschen was spenden kann, ähm, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Euro am Ende vom Monat über habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach in Paypal, ähm, per Freundes- und Familienzahlung an herrenstube.gmail.com, ähm, ein bisschen, äh, Geld, äh, schickt. Dann, äh, ja, das sehe ich einfach als Wertschätzung für meine Arbeit und werde dieses Geld nehmen, um, ähm, einfach das Investitionen zu tätigen, dass wir vielleicht irgendwann mal Merch und sowas rausbringen können. Ähm, dafür werde ich das hernehmen. Und, ja, dann, äh, war es das schon mit meinen Top-5-Bartölen. Ähm, es hat mir wieder mega, mega Spaß bereitet. Ich bin glücklich, wieder vor der Kamera sein zu können bei euch. Das hat mir echt gefehlt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, blutet mir ein bisschen das Herz, dass ich momentan nicht in der Pflege arbeiten kann, weil es eigentlich so gebraucht worden wäre. Aber ich muss ja noch ein paar Jährchen länger arbeiten und möchte auch noch ein paar Jährchen länger arbeiten und wenn ich jetzt an sowas erkranke, wäre das nicht so schön. Ähm, daher, ja, wird es, äh, viele Videos in nächster Zeit geben, denke ich mal. Und, wie gesagt, abonnier meinen Kanal, unterstütz mich und dann sehen wir uns bald wieder in der Herrenstube. Ich wünsche bis dann alles Gute. Ciao.